Vorher auf Resident Evil Revelations. Wir haben Kontakt mit Chris und Jessica verloren. Das Signal wurde über den Ozean verloren. Queen Zanoria. Was soll der Quatsch? Ich hab das doch gerade gespielt. Warum zeigen die mir wieder... ...was ich gemacht hab? Oh mein Gott. Nice Ass. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, Grids. Scheiße, es ist ein Trapp. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit in diesem Valentin erkennst. Wie ein Film, ey. Oder so eine Serie. Total... Gaga. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Hau mal rein. Doppeltes Mysterium. Mit Q, E wechseln sie die Waffen. Gut zu wissen. Gebirge. Irgendwo in Europa. Okay, was geht jetzt ab? Oh, Alter. Oh, die setzen immer mehr auf Geilheit in Resident Evil. Wenn sie meinen... Vielleicht ist es das Wetter, aber... ... ich kann noch nicht Kontakt mit HQ. Ich hätte gedacht, dass wir hier so lange sind. Ist hier nicht kalt, Vibe? Junge, Junge, Junge. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Oh, das Flugzeug! Oh, mein Gott! Es hat zerbrochen! Es sollte keine Schwerpunkte in diesem Bereich sein. Und die Ente, die wir auf Veltro bekommen haben, ist auf dem Geld. Komm schon. Mit was für Gegnern habe ich es jetzt hier zu tun? Würde mich mal jetzt wirklich interessieren. Mit Schneeaffen? Jesus. Ja, Jesus, Alter. Ja, Jesus, Alter. Huah! Ffff! Investigate this site. Let me know if you find anything. Musste ich jetzt irgendwas drücken? Mich war abgelenkt. Habe ich auch so ein Genesis? Ja. Komm ich hier rein? Typ. Flugplan. Ich kann das doch kaputt machen, aber ich will Ich will Combat Knife nehmen Ja, ich will Ah, Messer benutzen Korrekt Super I need your hand, Jessica, Jessica, oh, Jessica, yes Just, just wait a second, hold on, hold on, Jessica Durch die Mine spazieren Ich sag doch gleich, komm Schneeaffen Hilfe Wo ist die Wichser? Was bist du denn für einer? Was? Schnell Ha Ich hab dich dabei will Es hat grad ein bisschen geruckelt Es tut mir leid Ich weiß auch nicht, was das war Boah, wie die springen, ey Warum sind die jetzt so schnell gestorben? Aha Da lauf ich quasi im Kreis, glaub ich Oder? Ja Gut, dann müssen wir jetzt hier weiter Hier über diese Brücke Schnell Ja Baufalle Eine granatähnliche Hilfswaffe, sobald sie den Boden berührt, ertönt ein spezieller Ton, der Feinde in der Umgebung anlockt Die Granate explodiert und zerstört alles in ihrer Umgebung Bei korrektem Einsatz höchst effektiv Ja, das hört sich doch Wie Pistolen, Munition Nachladen Bin voll Krass Oh Boah, ist der riesig Boah, ist der riesig Boah, ist der riesig Ich bin voll, stimmt Ah, wow Dass man hier nicht alles findet Jede Menge grüne Kräuter Okay, da unten geht's weiter Wie es aussieht Ja Just asking Eifersüchtig Ach ja Also mir kann hier eigentlich nichts mehr passieren, wa Ich sollte mehr mit der Pistole schießen Hab ich das Gefühl Boah War ja klar Ja, 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 komm Steh auf, man It's just my dick Oh fuck Ja, ja, natürlich Ich bin voll ist der riesig, Mann Oh nees Ha, ha, ha Pisst euch Komm doch runter Ja Jetzt kannst du erst aufstehen oder was Ne Was ist los mit dir Ja natürlich Komm nochmal Weil es so uncool ist Und ich keinen mehr hab Was du Hölle Greif doch die alte an Nicht mich Ja klar alter Happy Tree Friends hier Und ich hab mich eben beschwert Dass ich die ganze Zeit meine scheiß Oh war's das endlich Oh ey Chris du bist so'n Arschloch Ja ich weiß du willst von dem gebankt werden Was kommt dann im Tutorial Das kommt dann im Tutorial Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Chris hier Ich habe dich Ich habe dich Set up! What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty Intel and now I've lost contact with them. I haven't heard from them since. Hell, what's going on? Chris, you better look at this. Irgendwas stimmt nicht. Warum suchen die den, wenn der doch... wenn's dem gut geht? O'Brien, you're not gonna like this. We found the Veltro crest. Then stories of their resurrection are true. If that's the case, then... Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. Okay, die jetzt auch auf das Schiff? Oh nö, meine Präzision, nur in A-Rang. Ja, super. Blöd Mensch. Speichern. We're about to lose. Mal in ус, helpful. We're gonna have to ignore you. We will truly lose her, but that's primeiro we're gonna lose it. Geil, das musste jetzt einfach sein. Weiter! Ich habe Muskelkater. Hier, genau hier. Ich kann meine Arme.